herzlich willkommen auf der karte im thüringen wir beginnen gerade unsere arbeit der tag beginnt gerade das sind noch satten düster die machen wir blicken über unsere früchte wie weit die sind wachstum status das wächst gerade durch ja bei feld 60 wird gerade die freundsstufe also bald reif in anführungszeichen ich hab sie mal heute gegen abend auf feld 12 ist voll unkraut da wenn man sofort starten unsere log nicht kaputt so das ist der case auch noch ein traktor für pflegebereitung und unser bgh die läuft aktuell die werden wir mal voll machen ich finde die maschine ein bisschen laut da wenn man ein bisschen trosseln so ein bisschen besser ich mache mal lauter produzieren kann man nicht sehen also ja das ist besser so 40.000 da sind die ballen reingefallene so das waren sie voll ich habe hier was zu erkennen ist ups kitzelt mein scherz spürt jetzt nichts ok ausmachen und spritsparen ich sage zu machen dann traktor für unkaffee kämpfung das ist noch ein achte fahrt wo es gehen wir auch schnell machen wir müssen normalerweise da vorne stehen und schuppen natürlich kalt 50 prozent und kauf hundert prozent also bilden müssen wir auch noch ja mal unverkehrt machen gerät ist da aus traktor das dauert so lange es ist und wie wieso mit röscher stolz äh wo ist er der ist gerade wir haben aufgehört und dann fahr mal zurück was kann man dürfen machen wir nicht haben denkt man besser also feld 60 ist im grunde fertig brauchen wir wachsen woops Wir können auch dünn zuerst machen, das ist ja egal. Wir haben ja hier in einer Bein Dünger dritte. Schauen wir mal hier vorne. Aber wir brauchen keinen Satz, Dünger. Also ich habe jetzt den Mod drauf für den Silo, für die Silage, das heißt man muss am Tag zweimal voll machen und hat weniger Stress. Stress haben wir hier sowieso nicht. Den kann man auch nicht machen. Dünger. Hat ich mal gekauft. Ah ja klar, so ist es falsch schon. Das ist doch nicht so einfach. Alles in Wissenschaft für sich. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Habe ich abgehängt, wollte ich nicht. Okay. Okay. So. Lichter aus. Dünn wollten wir. So. Außenansicht. Aber nach filmen können wir ja bei hinterher. So. Schauen wir mal. Eins. 24. Automatisch. Eins. Eigentlich. Ein Vorgänger möchte erreichen. Aber zwei. Generieren auf der Kurs. Kurs. Kurs ergänzen. Überführung. Aussaat. Ergänzen. Holzabellter leer sein sollte. So. Kann arbeiten. Fleißig. 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 Mal ein bisschen Holz. Ne. Oh was? Haben wir voll? Nö. Das ist jetzt nicht. Sehr dunkel. Ah. Die Erleuchtung haben wir wie ein Holzhahn zu liegen. Ob wir Bäume pflanzen können. Ob wir Bäume pflanzen können. Können ja Licht anlassen. Wir müssten eigentlich fräsen und Bäume pflanzen. Dann müssen wir erstmal das Fahrzeug holen, damit er nicht im Weg steht. Das heißt wir müssen auch den Lkw suchen. Groß Lkw. Beim Holzhändl, ne. Beim Sägewerk. Ich glaube draußen grillt einer frischer Grillgut. Oh. Dann sind wir. Ja. Das ist ein Holzbanger. Das gibt's doch gar nicht. Da haben wir uns glaube ich. Ein Ei gelegt. Wir müssen jetzt wegfräsen. Wir fräsen ihn mal weg. Wir platz haben. Ein Zug steht. Ja. Das ist ein Holzbanger. Wir brauchen vielleicht nur mehr auf Stufe 1 auch. Da haben wir doch schon. So. Das war mal letzte Aufgabe. Ja. Aber am Freitag auf der Matchweb. Samstag früh. Aber das macht nix. Das ist ja. Der ist auch weg. Das schöne ist hier. Wir können die Hackschuhe sammeln. Und später verkaufen. Das macht uns zwar nicht reich. Aber gut. Wir nehmen alles mit ne. Prost. Es wird ja bald hell werden. Wir können ja mal die Zeit ein bisschen anlaufen lassen auf 5. Wir können ja mal die Zeit ein bisschen anlaufen, aber wir können ja mal die Zeit ein bisschen anlaufen. Untertitelung des ZDF, 2020 Sonst sagt der Öl, nö Der riecht nicht so gut Guck mal So, mal an den Vollen Landschatz, das soll's für heute gewesen sein Schon wieder eine Folge um Ist ja Wahnsinn Ich hoffe es hat euch gefallen Würde mich freuen über einen kleinen Like Würde mich besonders freuen über ein Abo Und natürlich auch Auf Wiedersehen Zunächst mal Tschüss Und winke winke Bis denn Tschau Ciao 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 Ciao